Kontostand zeigen? Nein! Doch! Weißt du, das ist so ein sehr langer Herz, dass ich so ein YouTube-Video gedreht habe? Ja. Puh, ihr Zuckerpüppchen! Herzlich willkommen zu einem Say It or Shot. Wir haben auf jeden Fall 10 Fragen. Wir ziehen jetzt einfach nacheinander da raus und beide beantworten einfach beides. Ja, und wenn wir es nicht beantworten, müssen wir einen Shot trinken. Genau, die Shots sind hier natürlich mal wieder eine Königsdisziplin. Und zwar, als erstes muss man einen Zitronen-Shot trinken. Das bedeutet, der erste, der was nicht beantwortet, der hat noch Glück. Das ist nur ein Zitronen-Shot. Ja. Der zweite muss einen Gurkensaft trinken. Und der dritte Wurstwasser. Oh mein Gott, willst du mal dran riechen? Nein. Das bitte kannst du dran riechen. Oh mein Gott, boah! Alter, Cosima, das geht gar nicht. Cosima, das geht gar nicht. Bitte nicht über meine Fingerchen. Also ich muss sagen, ich bin wirklich gewillt, alle zu beantworten. Gibt's noch Zitronenwasser? Yummy! Ich glaube, ich übergib mich erst dann. Du übergibst dich nicht. Du darfst sie nicht übergeben. Was passiert denn, wenn ich mich übergeben? Ich habe einen Kotzzobi. Achso, stimmt, ja. Ja, ich fang an. Okay. Wir müssen beide beantworten. Nein, guck mal, ich habe voll die gute Idee. Derjenige, der zieht, der muss die Frage beantworten. Wenn du sie beantwortest, muss ich sie auch beantworten. Aber wenn du trinkst, dann muss ich sie auch nicht beantworten. Okay, machen wir so. Das ist ein Buchsding, oder? Ja, okay, sehr geil. Ich fang an. Ich hoffe, du hast nichts. Ich habe tolle Sachen. Mary, kiss, kill? Ja, das Winzige daran, sie hat Mary, kiss, kill gezogen. Du musst jetzt sagen, ob du es machst oder ob du es nicht machst. Und danach verrate ich dir erst die Influencer. Ja, ich mache es. Okay. Aber vorab, ich bin in einer Beziehung. Ja. Also das geht sowieso immer vor, aber... Das stimmt. Ja. Also, wir nehmen einmal Peyton. Dann nehmen wir einmal 24 Tim und Lea. Lea. Ja. Ja, okay. Aber das ist viel. Seid ihr damit. Ja. Das ist so gemein, weil... Ihr müsst wissen, Lea und Peyton sind so meine beiden allerengsten Freundinnen. Also, Tim, auch wenn ich dich sehr, sehr, sehr gern habe und sehr lieb habe, ich glaube, ich würde dich tatsächlich töten, weil Lea und Peyton gehen halt vor. Sagen wir, ich heirate Lea und ich kiss Peyton. Okay. Sehr gut. Wow. Ich hätte mich auch nicht entscheiden können, weil beide sind reich. Ja. Warte, was? Ich sage auch, dass es die Beantwortung ist, sonst müsste ich ertränken. Okay, wir nehmen auch bei dir direkt mal 24 Tim. Okay. Dann nehmen wir noch Jermaine und Stachel. Oh nein, das ist super unfair. Das ist super unfair. Das war mit Lea und Peyton genauso unfair. Ähm, ja, 20 würde ich umbringen, weil wir kennen uns nicht. Dann würde ich, ähm, Jermaine würde ich küssen und Stachel würde ich heiraten. Weil Stachel wird bald noch sehr reich werden, das weiß ich. Okay. Ich habe hier einmal Kontostand zeigen. Nein. Doch. Ja. Ja, dann zeig. Ah nein, ich muss ja aus. Ach ja, wenn ich zeig, dann musst du auch zeigen. Ja, okay, zeig das. Das bringt mich um. Also wir haben... Oh! Irgendwoher kam Geld. Irgendwoher kam Geld. Ach so, Jermaine hat die Miete überwiesen. Ja. Ja, okay. Also ich habe jetzt gerade auf dem Konto 3.255 Euro. Okay, was habe ich? Oh. So schlimm. Ja, okay. Okay, stopp, aber wir haben ja auch... Wir haben schon den Sechsten. Ich wollte gerade sagen, ist gerade meine Miete, meine Krankenversicherung, ist gerade alles runtergegangen und ich habe diesen Monat noch nichts bekommen. Also dafür ist es in Ordnung. Sehr geil. Ja, ich habe 1200 irgendwas. Ja. Sehr gut. Und wir haben den Sechsten. Das ist viel. Ja. Es gab Zeiten in meinem Leben... Okay, weiter geht's. Okay. Alter, wir haben bis jetzt alles geantwortet. Nur wir erst zwei Fragen geantworten. Nicht so, jetzt hätten wir 20 beantwortet. Okay, jetzt kommen halt noch Schlimme, ne? Also... Umsatz stärkster Monat. Ey, geht's in deinem Video nur um Geld? Ja, du hast auf jeden Fall deutlich krasser drin als ich. Willst du es sagen? Ja, ich kann auch sagen. Echt? Ja, das war nicht so viel. Also, ich weiß, viele Influencer verdienen sehr, sehr, sehr viel. Und ich verdiene auch gut, keine Frage, aber ich verdiene jetzt nicht irgendwie... Ob ich hier mal nicht reden kann. Okay. Oh, eigentlich ist es schon unangenehm, das zu sagen, ne? Ist das ein bisschen unangenehm, ja. Ja, es waren so... 1000 Euro. Mehr war's nicht. Du gerade so... Ja, nee, ist nicht so viel Geld. Ja, das ist sehr, sehr viel Geld. Aber es ist halt... Wenn ich weiß... Ich weiß ja, was andere Influencer teilweise verdienen. Ja, kurz, man kann doch nicht sagen, ich trinke. Dein Ernst? Ja. Ja, der lässt mich jetzt verstehen. Du hättest doch auch trinken können. Ja, aber das war auf jeden Fall mehr als ich, ja, Leute? Das ist mehr als... Ey, das darfst du jetzt nicht sagen. Schneid dich raus, schneid dich raus. Dann trinke ich jetzt auch, anstatt das zu sagen. Ja? Ja, wenn du's nicht sagst. Ja, okay, dann trink mal. Trinkst du das gar... Nein, das ist das, wovon du kotzen musst. Trink mal einen Schluck. Trink mal einen Schluck. Trink mal einen Schluck. Trink mal einen Schluck. Es reicht, es reicht, es reicht. Du musst auch trinken. Wieso? Weil ich das für dich ein bisschen piepe. Oh mein Gott. Jo, was ist das denn? Guck mal, das ist das unter der Zunge da reingestopft. Das schmeckt wie Kotze. Ja. Hast du eigentlich schon mal gekotzt? Mit 8 zuletzt. Echt? Boah, das ist so ne große Phobie davon. Ja. Oh mein Gott. Ich lieg lieber 3 Tage so mit Bauschmerzen im Bett und konzentrier mich nicht zu kotzen, sondern schon zu kotzen. Echt? Mhm. Machen wir weiter. Übrigens, drückt auf Abonnieren, ich hab's schon zweimal gesagt. Und schaut mal eine Instagram Story oder so, wenn ihr von TikTok kommt. Okay. Bist du schon fremdgegangen? Nein, kann ich ganz gut beantworten. Nein, ich auch. Aber auch nicht mal geschrieben. Nervigster Influencer. Ähm. Boah. Mir fällt direkt jemand ein, oder wie? Ja, safe. Ich überleg grad, das Ding ist, ich bin, obwohl ich's selbst Social Media mache, ich bin so wenig auf Social Media unterwegs. Ich schau mir gefühlt von niemandem irgendetwas an. Aber hast du nicht jemanden, wo du dir so denkst, boah, mir kommt die Kotze hoch? Marius und Gepake. Ich mach mich grad so unsympathisch. Ja. Nein, aber das, also ich muss, ja. Ey, glaubst du, die sehen das und schießen zurück oder so? Nee, ne? Ja. So was zum Beispiel. So Leute, die ich nicht kenne und die dann so rumnerven auf TikTok. Wisst ihr? Die die ganze Zeit dann auf YouTube-Pische mit so Sachen, die dich nicht interessieren. Ich kenn die beiden nicht persönlich. Manchmal, dass es super liebe Menschen sind. Aber so, das nervt mich auf meiner Folge-Fage dann halt. Oder, ich weiß nicht, ne? Moralapostel Cosima kommt jetzt. Ja. Jetzt versuch's nicht irgendwie zu erklären. Ja. Also bei mir ist es sowas von safe. Jeffree Star. Der nervt mich so sehr. Wer ist Jeffree Star? Mh, amerikanische YouTuber. Der nervt mich so sehr. Und James Charles nervt mich auch des Todes. Echt? Ja. Die nerven mich. Die nerven mich des Todes, wirklich. Och, wisst ihr, wer mich nervt? Bibi, Julian und Tanja. Ja. Oh. Es nervt so sehr. Aber nicht die, sondern die Leute. Aber eigentlich nerven nicht die, sondern die Leute drumherum. Ja, bestimmt. Nee, das stimmt wirklich. Die nerven wirklich. Ja. Hör auf damit. Mach weiter. Es ist tief für mich, ich lieb das. Mit wie vielen beim Feiern rumgemacht? Achso, mit wie vielen Personen hast du beim Feiern schon rumgemacht? Das Ding ist, ich hab mir vor dem Video schon überlegt, ob ich trinken soll. Weil nachdem ich mich von meinem ersten Feiern getrennt hab, da war ich 18 oder fast 19. Ähm, das waren schon 6, 7. Am einen Abend? Ja. Oh, wow. Ja. Wow. Nee, ich war nie... Aber dann nie mehr wieder. Also maximal einer am Abend oder sowas. Aber das war wirklich... Ich war verletzt, ich war jung, pleite, verzweifelt. Ich brauchte Drinks. Ich brauch... Wirklich, ich brauchte Drinks. Und dann einfach rumgemacht für Drinks? Krönig mal, das ist nicht die Frage, okay? Nein, also... Ich war tatsächlich nie die Party rummachen aus. Also vor allem nicht auf Ernst. Also mit irgendwie... Auf Ernst. Ähm... Mit nem random Typen Club rumgeleckt. So... Gar nicht. Ich war nur rumleckt, Maus. Mit wie vielen Leuten habt ihr schon beim Feiern rumgeleckt? Der krasseste Ort, an dem ich Sex hatte. Richtig, mein Leben ist langweilig. Ich hatte sowas nicht. Ich hatte nicht irgendwie... Im Darkroom? Nein! Ich war doch... Ich war doch nie in meinem Leben in einem Darkroom drin. Ich schaue, weil mich meine Freunde immer mit reinzwingen. Und sagen, guck mal, das ist witzig. Aber es stinkt im... Wirklich, es stinkt sehr da drin. Es ist... Nein, wirklich, es macht keinen Spaß. Ich bin in Berlin! Mhm. Finn immer. Finn zieht mich immer in die Darkrooms. Und er mag das dann auch, dort zu sitzen. Nee, da bin ich zum Glück nicht dabei. Ähm... Hotelzimmer? Ja, okay. Das stimmt. Das Krasse, wo ich hatte, war in so einem Strandkorb. An der Ostsee. Oh, wow! Mhm. Ja. War nicht so cool. Weil letztendlich da ist ja auch gar keinen Platz drin. Ja. Das ist ja so... Also wirklich, das ist ja so breit. Ähm... Oh mein Gott. Hä? Also... Wir müssen unsere Freunde ranken. Von bester zu schlechtester. Ich hatte die Frage auch überlegt zu nehmen für mein Video. Ich hab's nicht genommen, weil ich das nicht machen wollte. Ich will's auch nicht machen, deswegen trinken geht. Und was machst du? Ich kann das Zeug nicht trinken. Wir müssen. Ich kann das Zeug nicht trinken. Du musst. Dann musst du antworten. Dann musst du antworten. Dann musst du antworten. Ich mach das nicht. Ich trinke ein bisschen Gurkenwasser. Ah! Oh Gott, ein Stückchen drin! Weißt du, dass Jermaine von so einer Gurke fast gekotzt hat in Mailand? Direkt neben mir. Der hat auch Panik gehabt. Oh nein. Nein, du brauchst keine Panik. Das ist so, so eklig. Schmeckt einfach nicht. Pusik mal den Wurstwasser. Bitte komm, mach's für die Klicks. Mach's für die Klicks. Trink für die Klicks Wurstwasser. Cosima trinkt jetzt Wurstwasser. Aber danach müsst ihr auf jeden Fall laut ihrem Video vorbeigucken. Weil wir trinken uns gleich noch in Teil 2. Okay, Cosima. Oh mein Gott, Cosima, das ist so eklig. Oh, boah, ich riech das rüber. Mein ganzer Ammon schmeckt nach Wurst. Oh mein Gott, vor allem das ist auch so eine reutige Wurst. Wann hattest du das letzte Mal Sex? Ah ja, okay. Das ist eine gute Frage. Ja. Das ist eine einfache... Ach so, ich muss ja anfangen. Ja. Gestern. Ja, ich vorgestern. Nein, vorgestern. Nein, ich hab nur nochmal deins wiederholt. Vorgestern, ja. Okay. Die letzte Frage ist... Was denn? Schlimmste Kooperation. Schlimmste Kooperation. Aber ich muss als erstes antworten. Deswegen, also ich sag so wie es ist und das mit Stolz sag ich das, dass ich das direkt danach erkannt habe. Das war meine erste Kooperation, da hatte ich 6000 Abonnenten auf Instagram und es tut mir bis heute leid, dass ich das gemacht habe, aber ich dachte, wenn man Influencer ist, dann muss man sowas einfach machen. Der ist echt gespannt. Smile Secret. Oh. Das war wirklich mit Abstand die schlimmste Kooperation und ich würde auch nie mehr wieder, ich sag wirklich sehr sehr viele Kooperationen ab, also wirklich sauviele sag ich ab, weil mir das dann einfach alles nicht gefällt, aber die würde ich nicht mehr für eine Million Euro machen. Wirklich nicht. Ich würde das nicht machen. Also meine schlimmste Kooperation war auch relativ zu meiner Anfangszeit. Man weiß halt noch nicht so viel darüber und man nimmt halt erstmal mit, weil man kennt sich nicht aus. Ich weiß nicht, ob ihr diesen SMS-Service kennt, Bongo. Oh Gott. Ja. Okay Leute, ja, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann drückt den Daumen nach oben oder nach unten. Zweites Interaktion, juckt mich nicht und schreibt einen Kommentar. Lasst ein Abo da, weil ich stehe kurz vor den 150.000 und ich will dieses Jahr noch die 200.000 gedanken. Ja. Und jetzt schaut bei Cosima vorbei, da drehen wir nämlich Teil 2. Ist unten in der Infobox.